Was könnte eine regenerative Community sein? Für mich, ich würde es definieren als eine Community, die bewusst ist, aber auch immer einen Zugang zur Information hat. Ist das machbar? Ja, für mich genau. Und das spielt auf einer politischen Ebene oder auf der Ebene von den Citizenen. Und wie? Ich denke, man muss dafür neue politische Formen zu haben. Das heißt zum Beispiel Rechte für die Wälder oder die Tiere geben und auch eine politische Repräsentation für solche Dinge, Einheiten zu haben. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal.